Musik So meine Freunde, heute ist wieder am Start. Herzlich Willkommen zum Live-Kommentary in Advanced Warfare mit der ASM1 auf der Map Detroit. Mal gucken, was hier abgeht. Vielleicht eine DNA. Mal checken. Das Spiel läuft ja relativ gut bei mir in letzter Zeit. DNA-Pardinger erspielt. Wobei ich in Live-Kommentary relativ schlecht bin, weil ich mich nicht mehr so konzentrieren muss. Schauen wir mal. Ich sehe hier irgendwie keinen Gegner hinten. Wundert mich. Oh mein Gott. Oh. Ohne Witz, ich versuche hier den ganzen Tag schon eine DNA zu erspielen und ich reiße wirklich nichts mehr weg. Nichts mehr. Guck mal, das sind die größten Noobs. So Freunde. Ah. Er wollte wieder den Ruffy-Arm machen und wieder rumboxen. Nice. Nice. Du Stück Scheiße, Alter. So. Komm. Noch können wir eine DNA machen. Von den Kills aus gesehen. Eine Drohne wäre halt ganz nice, wenn mal jemand was da spielen würde in meinem Team. Checken wir mal hier hinten. Das einer. Zwei. Gucken wir mal. Kriege ich beide nicht auf Entfernung. Gehen wir mal durchs Haus. Nice. Den einen haben wir. Draußen drei. Der eine kommt glaube ich rein. Checken wir mal gleich. Den einen habe ich. Den anderen habe ich auch. Zack, den ist aus. Boah, da ist auch nichts drin. Checken wir mal Outdoor. Nice. Gut günstig. Gucken wir mal. Komm, Map. Aktualisiert, Digga. Den einen kriege ich doch nicht. Gehen wir mal hier durch. Den einen holt er sich. Nice. Der andere kommt hoch, glaube ich. Gucken wir mal. Den hat er. Safe für Sache. Gehen wir mal wieder auf die andere Seite. Den anderen habe ich über Entfernung geholt. Nice. Schauen wir mal. In hier, ob es safer kill ist. Ja, nice. Einer im Haus hier. Nice Sache. Ah, du Stück Scheiße, Alter. Immer eher mit der Papers und MP7, Alter. Verpiss dich. Sind nur vier Leute drin, Alter. Weil die Ranzpiste da wieder so scheiße ist. Gott. So, komm, den hole ich mir. Mein Gott, was ist denn jetzt los? Gott. Okay, aber aufschnauze jetzt. Komm, hier. Den hole ich mir jetzt da oben, Alter. Passe, was ich wolle, ey. Mehr rushen hier. Drecks Kacke, Alter. Pisst euch, Alter. Das mache ich schon wieder so aggressiv, ne? Links ist einer. Ja, rustig doch. Oh, jetzt kriege ich wieder nullen Assist wegen so einem Spacken. Geh bloß weiter, Alter. Zombie-Rüstung-Wichsel. Stirb, Alter. Oh, jo. Stunden später gestorben. Nice. Kill. Den hier kriege ich auch noch. Nice. Da ist einer hingespawnt. Der eine stellt sein perverses Geschütze auf. Ich kriege ihn nicht. Oh, mein Gott. Passt schon. Hier ist einer. Oh, mein Gott. Müssen wir nochmal. Schauen wir mal, dass wir safe rumkommen. Oh, mein Gott. Ich kriege ein System-Hack gedrückt, Alter. Bin wieder blind wie so ein Fisch. Meine Frisse, Alter. Kann ich nicht geben. Ja, mach das scheiß Geschütze auf. Ey, ey, ey. Ich packe hier wieder meine Ruffy-Arme auf. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Boah, Alter. Okay, nice. Komm, das System-Hack ist auch gleich weg. Nice. Jetzt noch eine Drohne wäre nice. Einen halben Kill. Komm. Safe rüber. Nice, nice. System-Hack raus. Drohne raus. Hier vorne ist einer. Ja. Kriege ich noch. Safe. Safe Sache. Der eine geht hier ins Haus rein. Safe Sache. Der eine kämpft. Gucken wir mal, ob wir uns den rausziegern können. Ja. Nice. Den vorne gucke ich mal. Den kriege ich vielleicht. Ja, nice. Hier kommt einer Ankerrush mit seiner Sniper. So, gucken wir mal. Der eine kommt. Der eine kommt auch raus. Nice. Nice, nice, nice. Der eine geht wieder ins Haus rein. Hol ich mir auch. Oh, mein Gott. Oh, danke, teammate. So, komm. Ich geh mal ins Haus rein. Von außen vielleicht. Mega-Leck-Optunity. Hier, nice. Nice, 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 nice. EMP-Bereit. Machen wir Drohne raus. Von EMP getroffen. Sie sind noch nicht in Ordnung. Der eine macht hier wieder auf Safe. Oh, nein. Die Vorratskiste, Alter. Verpiss die. Scheiß Ding. Komm raus, Digga. Komm raus. Mann, ich werde gekickt. Sorry, dass ich so schreien muss. Aber das ist schon wieder belastend. 15er Streak. Naja, was soll's. Gucken wir mal. Wiederholen. Und dann noch ein paar Kits machen. Gott, ey. Nice. Oben. Der eine kämpft hier wieder. Checken wir mal. Schauen wir mal. Der eine kam wieder. Ah, Gott, Alter. Weißt du, wieder so ein safe, ein Kill, ey. Und dieses Spielkrieg wird dann nichts gebacken, ey. Oh, Mann. Black Ops 2 wäre das ein richtig safe, ein Kill gewesen. So, was sieht das hier, ey. Der eine kommt wieder hoch. Ja, komm hoch. Komm hoch, Alter. Stück Scheiße. Die letzten zwei Kits machen wir auch noch. Nice. Gott. Nice. Gewonnen. So muss das sein. Gucken wir mal unseren Endscore an von der kleinen Team-Deathmatch-Runde. Mein erstes Live-Kommel-Hurion-Advance-Morfer. Checken, was da so abgeht. Leider nur 15er, ganz free gewesen. Ah, kann man jetzt machen. Vielleicht beim nächsten Mal. 9.30 zu 7. Relativ oft gestorben am Anfang und am Ende. Ah, da kann man natürlich nicht machen. 15er, ganz free weiter drin. Und ich würde einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao.